Komm, du musst ins Bett, du hast ganz schön was getankt. Nicht mehr als Penny. Das hab ich gemeint. Oh, warte, warte, warte. Leeres Zimmer? Leeres Zimmer? Leeres Zimmer? Wenn jetzt jemand kommt herein, seid flippig aus. Oh nein, was hab ich getan? Wie fühlst du dich? Nicht so gut. Willst du mich nicht deiner Freundin vorstellen? Das ist nicht meine Freundin. Es ist auch nichts passiert. Ich weiß ja nicht, ich hab dich letzte Nacht ziemlich laut lesen gehört. Oh, großer Gott. Wo ist Amy? Nachdem sie dich ins Bett gebracht hat, ist sie nach Hause. Oh. Dann rufe ich sie mal gleich an und entschuldige mich. Oh nein. Was ist? Offenbar hab ich letzte Nacht Stephen Hawking angerufen. Erste neue Nachricht. Hawkman! Hier ist dein alter Kumpel Sheldon-Oskopi. Wieso gehst du nicht ans Telefon? Oh, stimmt ja, mein Fehler. Nächste Nachricht. Ich bin's noch mal. Ich hab die Stringtheorie aufgegeben. Wenn du jetzt die schwarzen Löcher aufgibst, können wir beide zusammen Verbrechen aufklären. Nächste Nachricht. Nächste Nachricht. Weißt du, was echt cool ist? Geologie. Wow. Sieh dir diese Geode an. Es macht Spaß, das zu sagen. Geode. 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 Ich küsse jetzt Mädchen. Geode. 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 Geode.